Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Star Stable Online. Wir befinden uns heute im Wald neben Valdein und wir wollen uns heute um den Orientierungsritt kümmern, wo ich immer noch mit sehr sehr... naja... nicht gerade besonders... ja... Hallo Willkommen im Wald! Bist du es schon gewohnt im Wald zu reiten? Kannst du Karten lesen und hast du ein Auge dafür, Verstecktes zu finden? Dann könntest du eigentlich am Orientierungsritt-Wettkampf teilnehmen, denn ich hier in den Hollow Woods organisiere. Jeder, der teilnimmt, bekommt einen coolen Orientierungsritt-Pullover. Hast du noch nie an einem Orientierungsritt teilgenommen? Wow, du hast wirklich etwas verpasst! Keine Sorge, ich erkläre dir, wie es funktioniert. Du musst hier im Wald nach Kontrollpunkten suchen und bei ihnen stempen, um zu zeigen, dass du da warst. Versuche sie alle so schnell wie möglich zu finden und die Stempel zu mir zurückzubringen, um die Ziellinie zu überqueren. Die Kontrollpunkte sehen so aus wie dieser hier neben mir. Ich werde auf deine Karte ein paar Kontrollpunkte im Wald mit weißen Markierungen versehen. Möchtest du dein Reittalent im schwierigen Gelände testen? Finde alle Kontrollpunkte. Wenn dein Wettkampf beginnt, werden weiße Punkte zu deiner Karte M hinzugefügt. In der Nähe jedes weißen Punktes befindet sich der Kontrollpunkt, den du finden musst. Klicke zum Stempeln auf den Kontrollpunkt. Wenn du alle Kontrollpunkte gefunden hast, kehre zum Start zurück und überquere die Ziellinie. Okay, ja. Orientierungsritt. Nicht meine Sache. Einfach aus dem Grund, ich bin ein absoluter Noob, was Orientierung angeht. Ich habe absolut gar keine Orientierung und ich kann sowas ehrlich gesagt auch gar nicht. Wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, du setzt mich jetzt zum Beispiel in einer großen Stadt aus und sagst, ja, so den Bahnhof, vergiss mir dazu sogar noch eine Karte. Finde ich nicht. Also glaub, finde ich wirklich nicht. Ich bin auch zu doof zum Kartenlesen und das ist wow. Naja, da haben wir schon mal den ersten Kontrollpunkt gefunden, jetzt geht es direkt weiter. Ich denke mal, da haben wieder so ein paar Menschen, haben da wieder so einen richtig tollen, super duper Irre-Witt hingelegt, wo ich mir immer so denke, so... Wie schaffen die das? Das ist für mich neu, ja. Ähm... Ja, da... Ja, vielleicht hier oben oder so? Oder bin ich besonders intelligent oder so? Wo ist denn der Kontrollpunkt jetzt? Ich finde den absolut nicht. Es ist sehr, sehr krass... Ach, da ist er. Da ist der Kontrollpunkt hingekommen. So, jetzt müssen wir noch den letzten Kontrollpunkt finden und dann wieder zurückreiten. Äh... Ja, was wollte ich denn vorhin noch gesagt haben? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, Orientierung nicht meins. Da ist noch irgendein Kontrollpunkt. Da oben vielleicht auch wieder unten. Okay. Ja, jetzt stellte ich mich so an. Ich hab extra Dreamer mitgenommen, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufgenommen hatte, Dreamer noch im Stall hatte und trainiert ist, jetzt mittlerweile, wo ihr das zu sehen bekommt, das ist schon ein ganz schön großer Zeitraum, ist Dreamer schon fertig trainiert und ich bin schon beim nächsten Pferd dran. Das ist in dem Fall, glaube ich, Silver Rebel, der jetzt gerade dran ist mit Trainieren. Und der ist auch schon fast fertig. Also, ähm... Ich hab in den Ferien ein bisschen was geschafft und, ähm... Ja. Ich laufe, eile zum Ziel, wie auch immer. Achja... Ja, lieber... Naja, ich kenn ja vielleicht jetzt schon mal so ein kleines Fazit zu dem Orientierungsritt jetzt so an sich. Ähm... Nicht meins. Absolut nicht. Ich, ähm... Finde ja jetzt noch nicht mal das Ziel. So intelligent bin ich. Ja, ist das Ziel. Ähm... Also, der Ritt ist absolut nicht meins. Man kann ihn reiten, ja. Aber bei mir ist es so, ich darf echt nicht auf die, ähm... Auf die Zeiten auseinern. Ansonsten bin ich verloren. Zeig mir alle Stempel. Du hast alle Kontrollpunkte gefunden. Nicht schlecht. Ich denke, das ist sogar ziemlich gut. Wenn du Interesse hast, mit einer Gruppe von Freundinnen beim Orientierungsritt anzutreten, kannst du dieses Zeichen hier verwenden. Ein Wettkampf unter Freunden macht besonders viel Spaß. Sehr empfehlenswert. Komm jederzeit wieder für einen neuen Wettkampf. Ja. Wir haben jetzt einen Pulli dafür bekommen, was ich sehr, sehr schön... Also, was ich sehr gut finde. Und ich bin um ein Level gestiegen. Ich bin Level 20! Yay! Habe ich echt Level 20 erreicht? Ach, krass. Äh, ja. Dann würde ich nur sagen, verabschiede ich mich an der Stelle auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal.